Wo warst du denn Kurva? Du hast mich ja hergerufen. Ja na endlich Kurva, halbe Stunde bist du so spät oder was du Pfeife? Hinter mir Go Park und da müssen wir heute rein. Dicke Party. Was machst du mit der Leiter hier? Willst du reinklettern oder was? Bist du dumm oder was? Denkst du ich bin auf dem Kopf gefallen? Einlass umsonst Kurva. Wenn du mit Leiter kommst, bist du Bauarbeiter. Da fragt gar keiner. Da haben wir VIP Kurva. Very important Pole. Du bist der Beste vielleicht. Zeig das Hanke. Ich bin bekannt in Deutschland. Siehst du das? Du landest doch wieder im Knast. Ich land heute im Bett mit einer hübschen Dame. Handy weg. Super. Das schneidest du raus wegen Hanke. Alles gut, ganz normal. Wir lassen uns gar nichts anmerken. Für die Aufregung. Kleines Schlückchen. Wie sieht denn das aus? Nehmen Kurva. Ich kann doch nicht mit dem Ding da rein. Und wir schleifen hier alle drunter, Freunde. Wir schleifen alle drunter. Entschuldigung. Jawohl. Hast du das gesehen? Siehst du, drinnen sind wir. Zapsalab. Andere haben ihre Eintrittskarte auf dem Handy. Ich trag die über die Schulter. Gib mal ein Bierchen. Schluck. Oh Gott. Warum denn, Mann? Ich kann doch jetzt nicht mehr raus. Da komm ich nicht mehr rein. Ich geb dir nie wieder Bier in die Hand, du Pfeife. Hast du Glück, dass ich noch eine zweite dabei habe? Oh, oh. Ich schlafe hier hinten dabei heute. Sieht man das? Meinst du, das merkt man? Ja. In Polen, Kurva 2022. Beste Tanzmove, das alles habe ich entwickelt. Wie heißt der? Der Rasensprenger. Was machst du da? Pst, komm. Keiner. Alles gut? Ja, ja. Alles gut. Alles klar. Alles klar. Super, ne? Du solltest gucken, du Pfeife, ob einer kommt. Ich wollte überhaupt nicht mehr kommen. Ja, ja. Guck jetzt hinten, ob einer kommt. Ja, was machst du denn? Wie was ich mache? Bisschen schick machen, die Polen zum Auto bringen und dann kommen wir wieder. Ich lasse mal hier eine Eingangkurve. Ich klebe bisschen Kleberband über Schnapper. Kleiner polnischer Trick, warte kurz. Hey, Lutzek, du wolltest doch hier rausgehen, dich umziehen. Was ist los? Du hast doch einen Plan, Jara. Ich bin über die Flasche gestolpert, Mensch. Alles umsonst, Kurva. Komm, setz dahin, trinken mit. Das ist doch überhaupt kein Mensch. Ich bin mit mir. Ja, ich muss bisschen, Kurva. Ich muss bisschen. Was machst du denn? Komm, lass uns gehen, ey. Der geht doch gleich los, Alter. Hier kommen doch gleich die ersten Leute rein. Wer denn? Ich bin Cem Yashbay. Ich komme aus Eingangau, Bruder. Ich küsse euer Herz, morgens. Okay, ruhig. Jetzt andere Frage. Was machst du heute hier? Was sagst du hier? Bruder, ich klär. Chaya ist hier, morgens. Du weißt doch Bescheid, morgens. Brauchst du Zigarettchen oder gefälschte Schuhe? Du weißt, Bruder, safe. Pass auf, mach mir eine kleine Anzahlung. Jetzt 30er. Ich werde mal die Tage bei dir melden. Okay. Ich rufe dich an, die Tage, ja? Und solche Werte, wie ich gerade aus deinem Mund gehört habe, werde ich heute nie wieder hören. Hast du das schon? So, das sagt man nicht, okay? Okay, Bruder. Ja, natürlich, Mann. Hey, das ist der beste Mann. Lass mal in Ruhe. Wenn wir hier erwischen, dann wissen die, dass du kein Bauarbeiter bist, und dann können wir gar nicht mehr. Na und? Dann sind wir jetzt halt Security-Kurva. Haha, Security. Schönen Abend. Ausweiser dabei, oder nicht? Siehst du, klappt doch gut. Halt kurz die Schlauze, bitte, ja? Dankeschön. Rein, raus, rein, raus. Bitte Eingang frei machen. Hier, rein, raus, jetzt. Schnell, 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 schnell. Schimpel, schimpel. Gib mal einen kleinen Schluck. Nee. Hey, das ist der beste Mann. Komm, hopp. Jetzt machen wir kleine, originale polnische Promille-Tests. Ob du schon genug getankt hast? Mach schön, oder? Pass auf, hat einer mal Zehner für ihn? Der muss sich bald rings holen. Das geht ja überhaupt nicht so, sag mal. So, und weg jetzt. Super, jetzt lauf noch mal. Nein, bitte. Also, wenn jetzt nicht klappt, dann müssen wir ihn in eine Reihen holen. Kurze Ansage in 15 Minuten kostet das, ja? Hey. Kurva. Ich bin gerade nicht drauf zu pfeifen. Willst du mal verarschen, oder was? Mach mal auf mich richtig, Kurva. Steck mal das ein. So, ich sag zuerst, ihr sagt nach, ja? Okay. Jürgchen. Jürgchen. Kurva. 1 an Zentrale. Irgendein hässlicher Typ mit Plastikkrone kommt hier. Stopp, 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 stopp. Ausweise mit, was ist denn mit dir, dumm Typ? In die Brunie. Komm, hau ab, komm. Was ist dick. Was ist denn los hier, hä? Was hast du denn? Ich sing hier. Wer bist du denn? Rossi. Wer? Das ist mein Sohn Bruno. Komm, komm auf, Bruno. Komm, komm auf, Junge. Komm, komm auf, Junge. Komm, komm auf, Junge. Komm, komm auf, Junge. Alle rein. Alle rein. Na siehst du, ich mach das hier. Alle rein. Du bleibst kurz bei mir. Komm, komm. Du bleibst kurz hier. Alle rein. Wir sind wegen Schlückchen. Jetzt rein. Komm rein. Komm, hopp, hopp, hopp. Sind alle drinne? Zentrale. Bist du besoffen oder was schon wieder? Pjamek. Alle drinne. Ja, okay, ich mach zu. Hey, das ist der beste Mann. Wo kommt er her? Das war was offlen. Wer ist besoffen? Ich hab gefragt, wo kommt er her, Mädels? Was soll's offlen? Wir sind offlen. Wir sind offlen. Gut, wir machen mit anderen. Ich schaff das nicht. War das der Typ? Mit der Krone? Ja. Wirklich? Wie heißt der Krossi? Knocki. Knocki? Knocki. Ja. Blatt. Der ist der berühmte oder was? Der ist grotten hässlich. Hässlich wie die Nacht. Wirklich. Der Typ würde bei uns in Polen bei den Schweinen drinne schlafen. Mit dem Gesicht. Willst du auch nicht wissen, wie viel den seine Alte saufen muss den ganzen Tag, um den zu ertragen? Komm, Security Job hab ich an Nagel gehangen. Was mach ich jetzt? Manstrip. Komm. Hey, das ist der beste Mann. Das ist falsch. Der Polen. Oh je. Nein. Nein. Ich bin Deutscher für alle. Er hat die Kurve. Ich bin Deutscher. Kurve. Die IT Kurve. Very important. Polen. Wo seid ihr denn der Lüte gesehen? Der Lüte. Der Lüte. Wer alle denkt. Die denken. Der Blüte. Die Party ab. Hier ist der Raum. Jetzt sind Verdammt. Jetzt sind wir Eisbüter. Jetzt brauchen wir den Verdammt. Und jetzt kommt der Spiegerbrenner. Ich hab euch was mitgebracht. Seid der Eis? Wer von seid der Eis? Was ist der Lüte? Ihr kennt den von vorhin. Wir haben einen kleinen Alkoholtest mit ihm gemacht. Er war nicht gut drauf. Jetzt sag nochmal was du gerade gesagt hast. Ruhe Wodka trinken du doch. Damit du was? Damit ich nicht durchfalle. So, wann soll ich dich nochmal abfragen? Nochmal abtesten? In einer Stunde. In einer Stunde komme ich nochmal. Wenn du es klappt, haben wir unsere Lounge direkt rechts in dem DJ Pool. Bleib mal hier kurz. Komm mal her, Stichchen. Er hat Geld wahrscheinlich, wa? Geld, ne? Ja wahrscheinlich. Kannst du mir zwar nicht punkten vielleicht? Ich bin heute knapp bei Kasse. Nee richtig. I don't know. Ich seh noch. Das E ist auch. Ich seh noch. Ich seh noch. Wir müssen jetzt rausschauen. Mann ey. Ey Lutzek ey. Warte kurz mal. Du kannst doch hier nicht die Reste trinken. Schmeckt das.